ja leute was geht wir sind automatisch die zwei brüder wir sind hier in nürnberg in der südstadt in der welkernstraße bei pizza 44 und jetzt gibt es gleich eine 1 meter pizza ziehen wir uns rein weil heute ist cheat day heute essen wir alles was wir wollen es ist wochenende die jungs von meine haut meine welt sind dabei pizza 44 die welt gleich was erleben schöne 1 meter pizza also kommt man mit rein okay alles klar eine 1 meter mit schön pasta und dann noch so ein bisschen so weiß champignons wampignons käse und so okay 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 läuft die gestalten die kids sind am ticken hier markieren die dicken hier und jeder fragt sich wen es als nächstes erwischen wird wenn das blaulicht kommt trennen sie die sprintläufer springen über manche ich muss ja leute und zwar ein tag mit automatik ihr seid live mit dabei hautnah wir haben gerade lecker pizza essen bei unserer pizzeria 44 in der südstadt und ja jetzt haben wir uns den bauch vollgeschlagen gut gecheatet und was gibt es als nächstes jetzt gibt es shisha und zwar im schachmeran kommt auf jeden fall vorbei in nürnberg ins schachmeran wir zeigen euch mal drin was da abgeht gibt es auf jeden fall die beste shisha in nürnberg gut ist wie sagt man gute atmosphäre alles locker wie schon mal rein okay alles klar hat über kam sie kotzen wenn sie noch mal blaulicht sehen guck ich ficke das system keine bullen kein problem sie werden meidisch wenn der kenneck vor ihnen seine scheine zählt das ist ghetto business mein mercedes kennt einfach kein tempo limit wenn die bullen ein reiten siehst du dealer aus dem fenster springen hardcore parkour mein lieblingsgeschmack ist auf jeden fall nach wie vor traube minze liegen glaube ich die meisten aber wie gesagt hier gibt es alles mögliche also von haribo red bull coca cola geschmack ananas also wirklich breit gefächertes sortiment und hussein macht uns auf jeden fall gleich eine gute shisha geht natürlich alles aufs haus ihr wisst bescheid der will was fruchtiges was meint er wohl damit fruchtig meint er die shisha oder meint er was anderes fruchtig süß ihr versteht schon oder ja leute ihr seht ja jetzt hier die ganzen adern die vaskularität ne ich war jetzt nicht im fitnessstudio wir waren vorhin pizza essen bei pizza 44 habt ihr auch gesehen wahrscheinlich aber wie gesagt das passiert bei den refeed bei den reload days also wie gesagt ich achte ja fünf tage die woche von montag bis freitag auf meine ernährung ich esse da nur süßkartoffeln braunen reis hühnerbrustfilet avocados und so eine scheiße richtig gesunder scheiß der nicht so toll schmeckt aber man gewöhnt sich dran und am wochenende gibt es dann richtig fettig kohlenhydrate haltige sachen und nachdem man sich dann so eine richtige bombe reinballert kommen dann auf einmal so so eine schöne adern geil oder ich weiß ihr fühlt das automatik die zwei knicks aus der südstadt und du rufst die 110 doch ich brauche keine hilfe von der 110 Mr. Officer kümmere dich um deinen scheiß und viele da draußen denken ja so ja weil wir jetzt rapper sind und so ne dass wir den ganzen tag jetzt nur mit rap zu tun haben oder mit den sachen über die wir rappen halt ne deswegen schildere ich euch jetzt mal so einen alltag wie er bei mir abläuft ne stehende früh auf zieh erstmal ne leinen koks dann gehts weiter erstmal zu hause Bizepstraining halbe stunde danach esse ich ein halbes rind und gehe ins fitnesscenter weil Bizepstraining alleine reicht nicht dann gehe ich ins fitnesscenter kommt da erstmal in Brust wenn mich jemand blöd anmacht klatsche ich ihn gegen die wand davor noch ein bisschen am block Drogen ticken weil du weißt Straße, Gangster Image muss gepflegt werden ne dann ein bisschen sowas ne paar Leute abziehen von den Bullen mit dem Benz AMG wegfahren so weißt du Verfolgungsjagd ist Alltag jeden Tag dann von da ins Studio Hits aufnehmen ne ist klar danach gehe ich auf die Bank und hebe erstmal 10.000 Euro ab jeden Tag wie gesagt ne weil ja das ist halt das Geld für den Tag dann 10.000 ist ja nicht viel 10.000 ist schnell ausgegeben wer das jetzt natürlich alles geglaubt hat der kann es natürlich glauben ne dann könnt ihr weiter denken dass es so abläuft aber Jungs ist nicht immer so sagen wir mal ehrlich ne wir sind ganz normale Menschen auch so wie ihr wir sind auch wir haben klein angefangen wir sind aus unserer Hut gekommen haben Mucke gemacht klar waren wir auf der Street und haben ein bisschen Scheiße gebaut und Sachen gemacht aber hey wir sind Menschen so weißt du wie ich meine ich bin wie du du bist wie ich so es ist kein Unterschied wir haben Familie wir lieben unsere Eltern wir gehen zu unseren Eltern wir lieben unsere Mutter unseren Vater unseren Bruder unsere Schwester weißt du wie ich mein das ist alles Liebe und Rap machen wir auch schon immer früher war es die Liebe heute ist es halt beruflich geworden wir machen Cash damit es läuft Gott sei Dank und ja wir machen unser Ding Bro natürlich die Scheiße von früher machst du nicht mehr weil du machst halt jetzt Musik und bist Gott sei Dank auf einen geraden Weg gekommen ja wir gehen in die Moschee beten Bruder du musst dankbar sein für alles egal ob du Moslem bist oder Christ oder Jude ist egal Hauptsache du glaubst du glaubst daran du glaubst an einen Gott und du glaubst daran dass du und du bist dankbar dafür dass du überhaupt am Leben bist weißt du wie ich mein dass du überhaupt existierst das ist was besonderes deswegen ja genießt euer Leben nicht in dem Sinne dass ihr Scheiße bauen sollt macht was Gutes daraus weißt du wie ich mein hinterlasst auf jeden Fall was Positives auf dieser Welt seid gut zu den Menschen haltet euch gesund das ist das was wir machen wir machen Fitness wir essen gut wir versuchen stabil zu sein und Vorbilder zu sein und ja so Leute die Lungen schön verpestet mit dem Shisha Rauch auf jeden Fall hier müsst ihr vorbeikommen in Schachmeran beste Shisha Bar war auf jeden Fall super und was machen wir jetzt Pullen fahren vorbei ja klar die sind auf der Jagd auf der Hut nach den zwei Jungs nach den zwei Brüdern Automatik 110 wer hat sie wohl gerufen wir brauchen keine Hilfe von der 110 wir nicht meine Hut meine Welt ok morgens dr mit dr 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 dr